meine presse bin ich schlecht bin ich schlecht ok 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 32 schluss noch ich bin die thompson du machst zu ende einen schönen guten morgen und willkommen zu stadt mit 19 mit der folge 19 mit energetics hallo ja wir wollen jetzt oder er hat eine base gefunden die wollen uns mal angucken jetzt ganz kurz in der zwischenzeit weil rumfummeln kann ich euch ja mal kurz was zeigen die base ist weiter ausgebaut worden von mir gestern heute morgen noch alles haku hier rum dann haben wir von hier in ofenraum noch angeklatscht also haben jetzt auf beide seiten zum blutraum jeweils sechs wände sechs mal so sind honeycomb nach oben hin aber fünf bis jetzt so zeige ich euch mal um moment einfach lauf ich ja nicht so rumlaufen dann habe ich hier also hier kommt man auch wieder rein da ist dann ebenfalls seht ihr ja jetzt hoch das erste leider hat die etage haben wir heute gebaut die sind die öfen drinnen wird hier noch honeycomb gemacht dass der reine ofenraum werden kommt noch ein räumchen rein hier war das genau für mit kisten für das rohmaterial und holzen so und das ist das dach ihr seht ihr hier wie viele wände 12 also hier 1 2 3 4 5 hier sind es bis 5 da ja 5 ist trotzdem geil eigentlich sollte uns kennenlernen können da haben wir auch zwei ölraffinerien drin da war wasser zu hoch die konnte man nicht hinstellen das war's energetics wer bist du fertig ich komme auf ok ich bin schneller draußen als du unten haa und denn hier ist ja noch alles offen ach so ich mache alles zu genau dann mache ich die seite zu ach ne die machst du ok dann mache ich die andere seite zu Tür zu so Tür zu so kommst du mal raus ich bin ja schon da das ist ja schön hier guck mal hier ist noch unser unser öraffinries rieren rin 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 so genau in welche Richtung du musst vorgehen oh ja schub mich mal über die map das sind achtend würze Spiele noch online sehen wir gerade äh ist immer geil frühmorgens ey wenn noch sechs leute online sind äh fragen äh die sechs auch alle furzlang alle fünf Minuten wie die Spiele online sind genau diese HQ query können wir auf dem Weg zurück dann leer machen die läuft ja auch schon auf dem Berg sein auf dem Berg da haben wir doch gestern erst einen weggeradet ne die war das nicht oder war das jetzt wieder reingebaut da oder was dann schauen wir mal aber wir hatten noch keine geradet vor dem aber da so halb ähm laufen glaube ich jetzt in die Richtung ne ja ok da ist er ich hab schon von Weitem ach du meinst die hier oder was ja ja er hat sich wieder zugebaut ernsthaft da ist jetzt ein Kaktus rein ja was machen wir da jetzt nochmal reden oder ich hab ja auch Schrauber heute Morgen gesehen was hast du gesehen Schrauber habe ich heute Morgen hier drauf gesehen hm 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 das ist jetzt eine Frage ob wir nochmal rein 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 oder ob wir sagen der hat mich und hat was so gebaut na gut können wir ja noch gucken was da haben jetzt ist ja nichts weiter hier am Besen ne hm 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 wenn dann müssen wir auf jeden Fall nach Norden weil hier bei unten in der Ecke ist so ein nichts nennen mal gucken ob Tim seine Base gewählt wurde weißt du wie die ist hm oh da ist äh so äh ne ne Bärenfalle bevor du da rein trampelst hm da ist er oh die ist ausgebaut worden hier ein Erdschütz hier ein Erdschütz hm die ist jetzt nicht um den Schwert zu rein da ist eine Putze da ist eine Putze aber ich nehme den Schwertel noch mit du und dein Schwertel ja 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 lauf mal äh hoch und nach rechts bin rechts ich bin rechts von dir ja ist gut da hinten ist noch ein Merck oder gibt es einen Spieler das rauskriegt mal auf der Base da äh Richtung Norden lauf offen der will los der will fahren ja schleichen ja ja kann ich nicht gut sehen anscheinend nicht meine Presse bin ich schlecht bin ich schlecht wirklich ok 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 Ampel das meine ja jetzt ist eine Frage Metall hier wird der Bauschrank sein hm das heißt wenn wir jetzt hier direkt in der Mitte reinballern ist die Putze auf 21 40 keine Ahnung du Ressourcen würde man vielleicht ja einfach aufmachen komm scheiß auf ja komm kleiner Online Raid ey ich hab ne Idee ach ne ich hab keine Baurechte jetzt hab ich nur die die Wärenfalle daran geklatscht gut mach mal Cut bis wir gleich wieder da sind genau so da sind wir wieder wir haben jetzt ähm na seht ihr ja Expo Money eine GTX hat ein Stack ich zwei weil wir danach nochmal rüber wollen zu der Putze da oben die haben sie wieder zugebaut äh habt ihr ja gesehen und dann werden wir auch diesmal so tief reingehen dass wir den Bauschrank finden und diese Base äh ja platt machen wir werden mal die Leiche angucken ob da noch Stuff drin ist wenn ja wissen weil das äh noch online ist wie der Hals auch keine Ahnung ach scheiß auf diese die Ruhe hier weil ich ihn aber jetzt eh einfach ja was das bleibt ja Leiche ist weg alles klar dann da unter dem Ding na los ja gut den der Hälfte ist weg Mal schön gucken, ob der nicht doch noch kommt. Wenn er Armbruch ist, kann der auch nicht. Ey, der hätte mir auch Foundation wipen können. Fitt mir gerade mal einen. Okay, 32 Schuss noch. Ich nehm die Thompson, du machst zu Ende. Schüsse von rechts. Da ist er. Er ist down. Ja, ich weiß. Okay, hier, die Dinger müssen aufgeschossen werden. Halt, du Ausschau. Ja. Ich würde der Thompson. Oh ja. Steine ohne Ende. Holz. Das ist gut. Der letzte Strecke gewesen, den ich heute Mittag in Japan... ...wann nämlich hier die Ecke. Metall. Äh, die Kiste muss noch aufgeschossen werden. Hast du was zum Hacken mit? Nee, ne? Ähm... Äh, 14 Schrott. Bisschen Lowgrade, komm her, sagt man einen da, was der Wichtige. Ja. Hat der AFK rumgestandet, na Gott. Und das Öl kann man auch gebrauchen. Ja. Endlich? Endlich? Hat der noch was man sich gehabt? Die Teiltüren, ja. Ja, damit halt. Gut, der Abmarsch. Bei dem Öl noch irgendwas drin? Also alles raus, alles raus. Wir müssen jetzt eigentlich noch einen Bauschrank setzen. Können wir auf Drücktum machen. Wir wollen ja normal Reign. Ja, gut. Okay, machen wir einen Cut und dann sind wir uns gleich beim zweiten Raid wieder. So, weiter geht das. Raid Nummer zwei. Hast du eine Picke mit diesmal? Oder eine Axt? Ja, Picke habe ich dabei. Sehr schön. Wir wollen jetzt nochmal, äh, ja, ich glaube, die war hier irgendwo. Irgendwo hier. Ups. Ja, oben. Äh, da hinten ist sie, genau. Wir gehen nochmal in dieselbe Base rein. In der Hoffnung, dass er vielleicht wirklich nochmal angefangen hat zu, äh, obwohl der lag nackig da rum, ne. Ist natürlich auch so ein Zeichen von, haha, ich baue euch jetzt einfach alle zu und dann leck mir am Arsch. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Äh, nach links, Kollege. Zählst du, wie ein Ressourcen liegt? Mhm. Zwei Metallscheine hätte ich jetzt gesehen. Ja, da rechts auch noch mehr. Das macht man, um wach zu werden, im frühen Morgen, kurz nach seinem Umfang. Man, du wäldet. No. So. Clear aus? Ja, okay. Gut, ich hatte mal, das müsste dann ungefähr da sein. Oh, da warte mal. Ach, hau einfach rum. Ja, okay. Haberg mit. Okay. Okay. So. Okay. Okay. Ich hab das aufgegeben, warte mal. Oh, es sind drei Leute drinnen, lol. Der hat aber... Oh, oh mein Gott. Komm rein. Ich hab doch gesagt, da waren viele Leute. Hier, guck mal, weil es beide Komponenten rein. Oh, Schadenräder, ich pack alles ein. Ja. Steintor, Zetschel. Steintor nehmen wir auch mit. Okay. Oh man, die Özen sind auch voll. Ich brauche mal nicht. Hätte ich das gedacht. Okay, dann kann ich die... Da ist der Bauschrank noch, wa? Komm ich da ran? Haha, der ist sogar noch ran, voll mit 174 HQ und 300 Schrott. Schrott kann ich stecken. Kannst du HQ stecken? Ja, ich hab mal Platz. Dann mach du mal da hinten. Ah, klar. Ich meine, ey, also... Lern noch nicht raus, wa? Ich hab noch ein bisschen Platz, damit ich die Steine noch... Nee, jetzt Holzbock. Ah, warte mal. Das ist nicht so blöd. Wir haben noch den Bauschrank gehabt, gestern schon. Dann war es das wieder hier. Blu-Face, Slow und R34. Kenn ich alle nicht. Ja. Das war jetzt Profit. Haben wir noch Steine da drin? Ja. Warte mal, dann... Ähm, packe ich mal... ...das nochmal weg. Nehme die Steine. Da sind noch tausender Steine kann ich noch mal. Oh, ist gut, ich mach daraus... Oh, Stoff, hier hat man zu... Nice. Ja, damit. Äh... Mach Steinwände. Das ist auch herzliche Menge, doch nicht. Ja, das hab ich reingeschmissen. Äh, den Rest musst du nehmen. Hose, Leder und, äh... und Metall. Ich kann jetzt nicht mehr nehmen. So, so. Ja, komm, scheiße, Schleder. Let's go, raus hier. Ja. Haha. Das hat sich sehr gelohnt. Das hat sich viel lohnt wieder, ja. Das hätten wir jetzt müssen, weil ich die Butze wieder zubauen. Ja, ich glaub, das müssten wir. Und dann sagen sie, ey, so hast du halt, siehst du wohl lassen. Äh, ich weiß gar nicht, tu, was du hast. Ich hab wohl geradet, niemals, es sollte heile hier. Miese Scheiße. Ja, gibt's noch was hier zu raten, oder sagen wir, Schluss mit der Folge? Ja, mir fällt jetzt hier grad keiner ein, ähm, der noch in der Nähe ist. Sondern zum Home-Ko. Ja, ansonsten, scheiße, machen wir jetzt feier mit der Folge. War ja auch wieder viel in Action bei. Genau. Genau, und dann, ja, bis zum nächsten. Tschüss. 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 ARD Text im Auftrag von Funk